Der YouTube-Superstar MrBeast sorgt in Berlin für Aufsehen. Der 26-jährige James Stephen Donaldson, besser bekannt als MrBeast, kauft einen gesamten Supermarkt leer. Mit dieser außergewöhnlichen Aktion unterstützt er verschiedene Hilfsorganisationen in der Hauptstadt. Der gigantische Kassenbon beläuft sich am Ende auf über 524.000 Euro. Die Waren spendet er an Einrichtungen wie die Berliner Tafel, die Arche Kinderstiftung und die Tiertafel. Die Mitarbeiter und Freiwilligen sind überwältigt von der Großzügigkeit und dem Ausmaß der Spende. Die Arche Kinderstiftung erhält 4 bis 5 Tonnen Lebensmittel im Wert von 15.000 bis 20.000 Euro. Pressesprecher Wolfgang Büscher berichtet, Wir sind mit einem LKW vorgefahren. Am nächsten Tag war dieser innerhalb von zwei Stunden leergefegt. Die Berliner Tiertafel kann ihre Transporter bis unter das Dach mit Tierfutter, Hygieneartikeln und Konserven beladen. Vorsitzende Linda Hüttmann erzählt begeistert, MrBeast hat sich Zeit für uns genommen. Er ist sogar mit unseren Hunden eine Runde im Supermarkt spazieren gegangen. Auch die Berliner Tafel freut sich über 32 Europaletten mit insgesamt 17 Tonnen Lebensmitteln. Pressesprecherin Tabea Pauli sagt, Wir freuen uns durch diese Aktion weiteren armutsbetroffenen Menschen in Berlin helfen zu können. MrBeast ist bekannt für seine extravaganten Spendenaktionen und philanthropischen Projekte. Bereits in der Vergangenheit macht er durch großzügige Gesten wie das Verteilen von enormen Geldsummen an Fremde auf sich aufmerksam. Seine Fans schätzen ihn nicht nur für seine unterhaltsamen und oft spektakulären Videos, sondern auch für sein großes Herz. In Berlin zeigt er erneut, wie wichtig ihm soziale Verantwortung ist. Die unterstützten Organisationen sind dankbar für die unerwartete Hilfe. Dadurch können sie vielen Menschen und Tieren in Not unmittelbar Unterstützung bieten.